Oh, die Datenboden. Hä? Ui, schade. Bleibt ja gar nicht so. Und die verdammte Helligkeit ist ja schon wieder weg. Gerade eine krasse Umstellung, oder? Die Angst ist scheiße. Aber es sieht schön aus. Extrem windig. Ja, es ist auch leicht. Drehen. Sieht aber schön aus. Ja, soll ich gut drehen kommen? Ui. Ja, das stimmt. Das habe ich schon kein Zeichen erzählt. Ja. 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 Ja, das bläst ja anders. Es sieht wirklich aus wie ein Jet, super, schön, es ist geil. Soll ich trimmen? Was sagst du? Nicht zu weit rüber. So ist es perfekt. Die nimmt gerade noch etwas an. Das ist nicht dringend. Sollt er helfen? Das ist aber dein. Jetzt hat es die Einstellung mit der Beliechtung rausgehauen, ich glaube nicht. Wenn ich irgendwo einmal backgedrückt habe, würde es immer alles rauslöschen. Soll ich mal kommen? Es ist drin in die Luft. Ja. Wo ist es drin? Auf der rechten Seite, muss es ein Hebel haben. Ja, also so was man vorher zeigen darf, oder? Wo? Hast du nicht runtergedrückt? Okay, schau dir. Halt dir. Hier. Er hat noch gerettet. Oder willst du dann schnell landen? Hast du jetzt nicht so dort rüber? Panik. Wie ist das drin? Du hast es drin, nämlich rechts von dir. Die, die wir vorhin gezeigt haben, ist hier. Nein, nicht hier. Ich sage es jetzt gleich, du hast 5 Minuten zur Info. Ja, ich verliere mal wieder den Teig. Oh, Schatz. Schön schön. Soll sie ins Gras setzen? Ja, ich würde sie da ins Gras setzen, so schön langsam. Schön. Schön. Wie viele Minuten haben wir? 6 Minuten.